Hallo Leute, ja ich bin an der Basis, habe ganz viele Dinge gemacht, habe alles weggebracht etc. Habe definitiv einen Flug gemacht und wie ihr seht, den hatte ich hier auch schon im Einsatz, da habe ich schon kultiviert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht noch die ein oder andere Pflanze hinkriegen, damit wir was mal anpflanzen. Tannenzapfen habe ich dabei, Kiefernzapfen habe ich dabei und Birken. Mal schauen, dass wir da was angepflanzt kriegen, damit wir das Holz kriegen, damit wir nicht so weit mehr laufen müssen. Ich weiß nicht wie schnell es wächst, werden wir nach dem Logo sehen. So jetzt hier die Fackel habe ich schon mal angemacht, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die 5 anmachen, dann geht die Fackel wieder aus. Und dann rechtsklick und dann müssen wir mal gucken, hier können wir Tannenschößling setzen. Ok. Jetzt haben wir keinen Tannenschößling mehr, ok. Das heißt Kiefer setzen. Ich sehe jetzt nicht so wirklich, wo ich den setzen könnte. Äh. Geht das nicht? Falsches Land wahrscheinlich, oder was? Dann haben wir hier noch die Birkenschößling. So, dann sehe ich jetzt hier auch den Birkenschößling, ok. Ok. Ok, dann bedeutet das, wäre eine Voraussetzung. Das heißt, ich muss den einfach noch hinsehen, ich habe den nicht gesehen. Aha. So, dann haben wir keinen mehr. Die haben wir alle nicht. Jetzt haben wir hier noch Kugenschößling, ok. Und wir haben noch Möhren, die müssten wir dann auch noch kultig ändern. Die können wir auch noch anpflanzen. Aber das machen wir vielleicht im Lager, ne? Äh. Kriegt man da nicht die Tür mit auf? Nein, wohl nicht. Wenn du einen Flug in der Hand hast, kann sie keine Tür öffnen. Gut, das war hier hinten, ne? Hier sind die Möhren, ne? Wie kann ich jetzt hier kultivieren? Geht das? Hier im Lager? Wollte ich schon immer machen, ne? So, dann waren es das, ne? Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Möhren kriegen, ne? Gut, äh. Achso, ja. Wollte ich euch auch noch zeigen. Hier habe ich ganz viele Bienenstücke noch bauen können. Also drei Stück noch dazu. Nicht ganz viele, sondern drei Stück dazu. Ich hatte ganz viel, äh, sag schon. Mal Metall gemacht. Da ist jetzt natürlich schon wieder hier, acht Stück haben wir noch dabei. Aber ich habe auch schon einiges gebraucht, indem ich repariert habe und so weiter und so fort. Also nicht repariert habe, gebaut habe hier. Äh. Äh. Was habe ich aufgewertet? Der Flug ist tatsächlich aufzuwerten. So einfach, okay. Äh. Äh. Die Bronzeachse habe ich, glaube ich, eine hoch gemacht. Oder sogar zwei. Vielleicht habe ich dann sogar zwei hoch gemacht. Weiß ich nicht. Und den Bronzehelm... Ne, den habe ich nicht hoch gemacht. Aber auf jeden Fall habe ich die Axt hoch gemacht. Den Spitzhacker wollte. Ich habe dann aber nachher überlegt, dass er nicht Sinn macht. Und den Bogen habe ich mindestens ein Level hoch gemacht. Und dafür braucht man jetzt hier Kernholz. Und das haben wir natürlich jetzt auch wieder nicht mehr. Da war es dann so, dass ich dann schauen wollte, dass wir halt diese Pflanzen kriegen. Und damit vielleicht besser vorankommen. Weil das ging ja hier an der Werkbank mit dem Aufwerten. Den hier. Den haben wir jetzt hier. Da könnte man nochmal aufwerten. Da braucht man Hirschfell, sechs und Kernholz und Edelholz. Hirschfell hätten wir, glaube ich, sogar da. Sieben. Ja, da reicht es. Da müsste man den Bogen noch wegkriegen mit... Da ist dann die Frage, wie lange braucht das hier zum Wachsen, ne? Wächst das schnell, wächst das nicht schnell? Wirkenschösling gesund, ok. Kieferenschösling auch gesund... Okay, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Hier ist ein Stein. Wirkenschösling, ja. Mal schauen, was da raus wird, ne? Hier sind noch Himbeeren. Noch mal Himbeeren. Mal gar nicht aufproben, ne? Das läuft erstmal. muss nur gucken wie das weitergeht dann da so wenn ich jetzt noch was bauen wollte der hammer ist hier mich würde jetzt gerade interessieren wie viel muss ich für so ein tor haben ist es unter möbeln verschiedenes wahrscheinlich jeder brauche ich zwei von den südlingen kernen und zehn von diesen augen und dann noch 20 edelholz also wenn wir da hinten noch mal hin wollen dann sollten wir das auf jeden fall mitnehmen zurzeit sehe ich aber keinen nutzen dass wir dahin gehen sehen wie gut das ist aber weiß ich nicht gut so reparieren wäre das ok da ist schon honig wieder dran schon aufgesammelt ich glaube schon da liegt noch einer ok gut war noch irgendwas was ich noch erzählen muss ich glaube nicht eigentlich nicht die fackel müsste auch gleich kaputt sein dann soll man eine neue bauen kann man hier bauen ich glaube hier kann man keine fackel bauen ach so hier da da müssen wir jetzt gucken dass wir auch bronze feile kriegen weil die sind dann noch richtig gut und dann können wir den uralten da vielleicht mit dem bronze feilen und unserem aufgewerteten bogen kaputt machen dafür brauchen wir natürlich holz bronze und federn das müsste man mal gucken dass man dann natürlich noch zinn brauchen oder zinn holen müssen ich glaube wir schlafen mal gerade eine runde man kann auch gleich hell werden lassen uns gerade noch mal ins inventar gucken ok wir haben noch zwei beeren den harz das kann man alles hier lassen während kam hier rein ja irgendwas wollte man auch aus den beeren machen fällt mir gerade so ein da wollte man was kochen deswegen sind wir auch los marschiert mal gucken in den kochtopf was das war mit den beeren hier jetzt haben wir beeren blaubeeren muss fermentiert werden medmischung gesund aber was wollte man machen hier brauchen noch die gelben pilze medmischung geringe ausdauer und hier hatten wir gesundheit ausdauer sind verringert gesundheitsreaktion wenn das 50 ausdauer ist und plus 100 hier haben wir köstliche klasse mischung marmelade die haben wir aber schon oder die haben wir schon aufgebraucht wohl aber ich glaube wir wollten dieses hier bauen ausdauer 80 das heißt wir müssen jetzt noch die gelben pilze haben waren die hier auch drin was braucht man noch 10 10 10 10 warte war das jetzt das nochmal durchgehen beeren marmelade nehmen medmischung lecker das war das auch nicht medmischung gesund das ist das mit dem fisch das ist die die jetzt nach oben gewandert ist ne so und jetzt fehlen uns wieder die dingens das ist doch schon die hinbeeren da haben wir jetzt schon was reingeschmissen so nochmal hinbeeren holen da haben wir genug und da haben wir auch genug dann kann man die nochmal machen äh herstellen kann ich die zweimal herstellen jetzt ne jetzt fehlt mir der Honig na super jetzt hol den Honig doch nochmal dabei so jetzt haben wir nochmal die option können wir zweimal machen noch und die stecken natürlich nicht da aber vielleicht wenn sie nachher fermentiert sind dann vielleicht so das bedeutet das alles wieder zurück den Honig nehmen wir mit weil guter Ausdauerlieferant geringer Ausdauer mit ja das müssen wir erstmal fermentieren dann haben wir natürlich gleich drei Slots damit weg ne das wäre jetzt nicht so gut ne gut das ist erstmal alles schön schätze ist auch ok gut na wie lange dauert das hier was macht hier jetzt unser Wachstum hier werken schlussling ist gesund kiefern schlussling ist gesund wo ist der andere baum ne so hier haben wir die zwei kiefern ne genau da haben wir hier hinten irgendwo ah da ist der Tannenschüssling benötigt mehr Platz zum Wachsen na super also der geht schon mal wieder nicht scheine hier ist aber die Birke zu nah ne kann ich die Birke raus holen aber wie kann ich nicht reparieren ne müsste ich eigentlich ausgraben ne eine Schippe oder sowas naja wahrscheinlich muss ich jetzt warten bis die Birke groß ist und dann kann ich erst mit einem Tannenbaum haben so ist es halt ne was haben wir hier noch Birke liegen kann das sein sieht wohl so aus ne oder Holzacken 37 wir haben schon wieder nichts mehr zu essen das ist auch schon wieder super so jetzt haben wir schon genug gehackt da ne ist die so hoch da sind die dran gekommen ne auch schön so wenn wir ein paar Holz haben wir werden es gleich sehen ne so wegen Essen sind wir auch noch nicht so gut das andere dauert noch zwei Minuten also geht es noch so so packen wir es hier erstmal in die Holztruhe weil da werden wir jetzt wahrscheinlich reichlich haben Edelholz 10 ok und normales Holz 50 und hier nochmal normales Holz 20 das nehmen wir gleich mit der Kummerkohle raus machen oh ne das war jetzt schlecht nicht kaputt machen Holz hinzufügen war ja gesagt gut oh da sind schon was drinne da haben wir wieder ein bisschen Honig gekriegt ne hier sind noch die acht Goldbahnen drin auch hier haben wir noch ein bisschen Harz geht nichts rein geht auch nichts rein wir können ja mal gucken ob wir irgendwo noch eine Fackel stehen haben die wir nicht gefüttert haben hier zum Beispiel ne weiß Bescheid hier ist mir auch zu dunkel eigentlich ne hier muss auch noch irgendwo eine Fackel sein na jetzt geht's was machen unsere Möhrenkarotte gesund na dann ist ja schon mal gut wenn die Karotten gesund sind ne das war leer ne ja das ist erstmal alles gut achso fermentiert haben wir geht das ist das fertig ne glockert immer noch so jetzt können wir hier ein bisschen was weglegen erstmal die waren wohl woanders ach ich hab's falsch rum ne ich musste hier das passt schon da haben wir hier noch Cola können wir noch in den Ofen stecken der Rest ist alles gut so da haben wir jetzt nichts da können wir noch ein bisschen holen können wir noch mal rein schauen passt hier war nichts mehr drin ne genau wir brauchten aber noch Zindern um Bronze herzustellen um die Pfeile zu kriegen und dann den Uralten gleich zu machen und was brauchten wir noch den Bogen drinnen konnten wir mit wie viel Holz abwerf aufwerten Edelholzbogen Kernholz 15 und Edelholz Edelholz haben wir gerade zusammengekriegt glaube ich ne ok das bedeutet wir müssen gucken dass wir da weiter kommen tja eine Birke bräuchte man glaube für Kernholz oder Edelholz ich weiß es nicht aber ich hab schon lange keine Birken hier mehr gesehen ne naja da hinten am Wasser da war Zindern glaube dann gehen wir da mal hin vielleicht kommen wir da auch ein paar Birken vorbei oder da haben wir zumindest nichts mehr zu essen ne hier ist 15 und da ist nochmal 15 das sieht doch hier nach einer Birke aus oder ist aber keiner zu groß für eine Birke ein Wildschwein will ich jetzt auch nicht noch hinter mir haben sieht einer hier irgendwo eine Birke ich nicht warte mal da war noch ein Skelett gerade irgendwo am rumtouren oder da ist das Skelett ok das wollte sich erst ein Hirschbraten gönnen oder was auch cool ne da sind Tannen da oben noch Birken glaube nicht ne ist hier noch was besonderes ich auch nicht ne hm oh da hinten ist ein Ogre eigentlich müssten wir den bekämpfen weil wir brauchen noch ein bisschen Trollfell kriege ich den hin eigentlich schon oder wir sind fit eigentlich sind wir gut fit Pfeil und Bogen brauchen wir 6 haben wir ja auch aufgewertet ne wir hätten ihn vielleicht gerade mal mit dem Feuerpfeil anschließen können ne das wäre besser gewesen hier auf der Wiese da haben wir gute Möglichkeiten zu laufen oh der ist aber schnell jetzt wird er mir hier überwischt wir haben schon wieder keine Ausdauer mehr ne unsere Lieblingsbeschäftigen keine Ausdauer haben vielleicht sollten wir mal Feuerpfeile haben ne hat er uns wieder erwischt so ein Shit ein 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 das schon er sieht schon ziemlich platt aus ist ja auch noch weggegangen jetzt habe ich keine ausdauer mehr gehabt können wir mal gucken dass wir jetzt erst ausdauer wieder kriegen nenni 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 hier abhauen sind die anderen banausen ja noch das kann jetzt hier nicht wahr sein oder was ist mit dem bleibt mal hier lauf nicht weg da muss natürlich gerade davor reingelaufen da neben Ok, noch einen Schuss, dann haben wir bestimmt. Na, gleich hat er uns eher, hier wieder mal nicht hinkriegen hier wegzulaufen. Ist er gestorben? Ja. Ja, so ist das. Ist er da alles da gelassen. Da ist noch ein schickes, sag schon, Wildschwein. 48 Feuerpfeile haben wir noch. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn gekriegt? Geld, 23 und dann haben wir 5 mal wieder Trollleder gekriegt, ok. Wir sind eigentlich unterwegs und haben Dingens hier, sag schon. Aber das bringt jetzt glaube ich uns nicht so viel. Wir laufen zurück, weil wir Ballast abwerfen müssen. Und die Folge ist auch schon lang genug. Ich sage mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne ein Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020